ELO präsentiert die innovative keramische Antihaftversiegelung ELO Pure Thermo Keramica. Mit den Produkten von ELO Pure Thermo Keramica erleben Sie Braten und Kochen neu, kratzfest und mit den besten Antihaft-Eigenschaften. Besonders umweltschonend. Erfolgreich geprüft und getestet. Nutzen Sie diesen technologischen Fortschritt für ein neues Kocherlebnis. Die neuartige keramische Antihaftversiegelung ELO Pure Thermo Keramica ist kratzfest und langlebig. Dies wird in regelmäßigen Labortests unter extremsten Bedingungen geprüft. Und jetzt wird's heiß. Die Antihaftveredelung ist extrem hitzebeständig bis 400 Grad. Mit ELO Pure Thermo Keramica braten Sie mit wenig oder ohne Öl kross und ohne Angst vor Überhitzung. Zart und geschmackvoll genießen. Einfach lecker. Hochwertiges Öl ist ein gesunder Geschmacksträger. Braten Sie mit so viel oder so wenig Öl, wie Sie es möchten. Ihr Fisch gart ideal und klebt nicht an. Guten Appetit! Die ELO Pure Thermo Keramica Produkte haben eine spiegelglatte Oberfläche. Sogar hauchdünne Krebs oder Eierspeisen sind kein Problem. Es klebt nichts an. Bratkartoffeln gelingen Ihnen lecker und kross. Gerne können Sie Ihren Metallwender verwenden. Alle ELO Pure Thermo Keramica Produkte halten das garantiert aus. Die ELO Pure Thermo Keramica Antihaftversiegelung erleichtert Ihnen das Braten und Kochen. In Zukunft nur noch knusprig und saftig. Keine Angst vor Verfärbungen. ELO Pure Thermo Keramica Artikel verfärben sich nicht. Abspülen, abwischen, fertig. Gesund ernähren im Einklang mit der Natur. ELO Pure Thermo Keramica Produkte sind extrem kratzfest, verfügen über beste Antihaft-Eigenschaften. Die Antihaftversiegelung ist hitzebeständig bis 400 Grad. Ideal zum fettarmen oder fettfreien Zubereiten. Einfachste Reinigung und Spülmaschinen geeignet. ELO am Puls der Zeit. ELO Pure Thermo Keramica Produkte gibt es für jede Herdart. ELO ausgezeichnet als innovativste Marke 2012.